Hallo und herzlich willkommen bei den Videokassettenkindern. In diesem Video möchte ich euch das Mediabuch von Maniac Cop vorstellen. Dieses wurde am 9.10.2015 von NSM Records veröffentlicht und beinhaltet die alte Kinofassung sowie die längere Integralfassung des Films. Hier könnt ihr das Cover A mit dem alten Kinoplakatmotiv sehen. Links seht ihr übrigens die anderen Covervariationen. Dann einmal hier der Buchrücken und die Rückseite. Dort sehen wir einige Szenenbilder, die Inhaltsangabe, die technischen Daten sowie auch einen Hinweis auf die Limitierung. Als Extras bekommen wir hier zwei Audiokommentare, ein Intro mit Tom Atkins, ein Interview mit William Lustig, mehrere Featurettes, TV-Szenen, Trailer, zwei TV-Spots und eine Bildergalerie. Hier einmal die Blu-Ray und da einmal die DVD und die Bonus-DVD. Und dahinter haben wir dann ein durchgehendes Szenenfoto. Dann wollen wir jetzt einmal durch das 16-seitige Booklet mit einem Text von Nando Rohner Blättern, wo wir einiges über den Film sowie dessen Cast und Crew erfahren dürfen. Unterbrochen wird dieser recht interessante und informative Text immer wieder von Szenenfotos. Der 1988 von William Lustig inszenierte Film Maniacop ist für mich ein perfekter Klassiker, an dem eigentlich alles stimmt. Die Stimmung, die Handlung, Darsteller mit Kultstatus und einen wirklich guten Twist. So ist der Film am Anfang ein blutiger Thriller, um uns dann in der zweiten Hefte der Laufzeit klarzumachen, dass wir hier keinen harten Krimi, sondern in Wirklichkeit einen Horrorfilm schauen. Was die Darsteller betrifft, sprechen die Namen für sich selbst. Tom Atkins, Bruce Campbell, Richard Roundy, Robert Siddar und Laurie Landon. Alles Namen, mit dem der geneigte Genre-Fan schon etwas anfangen dürfte. Aber kommen wir einmal zur Inhaltsangabe des Films. Eine brutale Mordserie erschüttert die Bewohner von New York. Allen Anschein nach ist der skrupellose Killer ein Polizist, der immer wieder nachts heimtückisch und mit ungewöhnlicher Brutalität vorgeht. Die ermittelnden Beamten stehen vor einem Rätsel, denn es fehlt jede Spur von dem Killer. Bald bricht die Panik in New York aus. Bei Nacht fühlt sich die Bevölkerung von der Polizei beobachtet und verfolgt. Der Hauptverdächtige ist der junge Polizist Jack Forrest, der durch unglückliche Zufälle in die Morde verwickelt wurde. Zusammen mit seiner Freundin versucht er verzweifelt, seine Unschuld zu beweisen. Und damit bedanke ich mich für euer Interesse. Lass gerne ein Abo oder Like da. Vergesst auch nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschau!